Hallöchen liebe Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Boxenstop mit dabei, der liebe René, unsere Hoheit in Sachen moralische Fragen, der liebe Flexi, unser aller Vorbild in Sachen Bierwampe und meine Wenigkeit, Herr Bananenbrot, der verbale Wasserfall. Die heutigen Themen, Kindheitserinnerungen, Kinderserien, Kinderspiele und Spiele, auf die wir uns freuen würden und freuen. Haut rein, viel Spaß beim Anschauen. Jawohl, da sind wir auch schon. Oh, los geht's. Das war so klar, dass René erstmal den Blumenkübelnbesuch abstattet. Er ist ein Blumenkind. Er ist ein Blumenkind. Pass auf, ich war auf einer Waldorfschule, ich tanze dir gleich die Mittelfinger. In der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen über Satoru Iwata, den Mache unserer Kindheit geredet. Wollen wir nicht gleich mal anfangen, genau über dieses Thema zu reden? Die Kindheit? Die Kindheit? Oh mein Gott, wenn ich überlege, was ich früher alles so geguckt habe, wenn ich überlege, hier Gummibärenbande. Also ich würde jetzt einen Vorschlag machen. Wir nennen einen Titel, wo wir uns alle einig sind, oder wo wir uns zumindest zum Teil einig sind, Jo. Und ganz ehrlich, wenn wir es kennen, müssen wir zumindest versuchen, den Titelzahn zu sehen. Oh Gott, um Gottes Willen. Ich fühle mich ja schon beschämend, dass ich schon etliche Kindertitel noch kenne. Gerade hast du die Gummibären angefangen. Ja, ich schäme mich ja schon dafür, dass ich den Titel noch kenne, obwohl die Serie sehr geil war früher. Als Kind, nicht jetzt, als Kind. Also, ich muss dazu ja sagen, ich habe meine Kindheit mehr am Strand verbracht, wie vor der Glotze. Soll das heißen, wir sind Außenseiter? Ja. Aber leider gibt es einen Bottrop und einen München-Kennstatt. Nee. Eine Serie, die ich früher als Kind gerne geguckt habe, und das war der Doktor. Der Doktor, der Doktor Hu. Der Doktor Hu. Der Doktor Hu, der Doktor Hu. Mit der Tades, ich fand das immer so geil. Ich wollte auch immer so eine Telefonzelle haben. Ja, ich habe mich bis heute noch nicht durchkriegen können, den mal anzugucken. Schäme dich. Löwenzahn. Minimal. Werd kein Löwenzahn geguckt, komm, sei ehrlich. Peter Lustig. Peter Lustig ist doch mittlerweile, müsste, Peter Lustig müsste mittlerweile auch noch in Rente sein, oder? Der ist tot. Echt jetzt? Was? Der ist doch vor ein paar Jahren verstorben, oder? Bitte lustig ist doch. Nein. Das finde ich jetzt aber gar nicht mal so lustig. Ich auch nicht. Also, ich muss sagen, ich habe im Ausland gelebt. Ich habe kein deutsches Fernsehprogramm gehabt. Ich wusste ja nicht mal, was damals so in Deutschland im Fernsehen lief und das Ganze. Hm. Ich habe für eine Schweigesekunde für Genähe. Eine Schweigesekunde? Hey, ich habe dafür eine tolle Kindheit gehabt. Äh, ich habe Sand am Strand gefressen. Jo. Und ich habe Erde im Sandkasten gefressen. So hat jeder dann bekommen, was er verdient. Aber wer von euch hat da früher eigentlich auch die Volleyballspielerin geguckt? Mila? Ich nicht. Nein? Boah, Mila, die Volleyballspielerin. Von Sailor Moon. Mila kann lachen für die Sonne in Fujiyama. Finde ich sehr geil. Also, ähm. Ja. Da waren schon ein paar sehr interessante Träume dann abends. Okay. Okay. Ich muss dazu sagen, in den letzten Jahren habe ich mich ja sehr, so einen sehr großen Anime-Fan entwickelt. Ich gucke Animes heute sehr gerne auch alte. Das ist so, was ich mir jetzt in letzter Zeit reingezogen habe, war alles von Dragon Ball. Da kommt ja jetzt eine neue Staffel. Oh, freut mich nicht mehr schon drauf. Oh, freut mich nicht mehr drauf. Aha, freut mich nicht schon drauf. Jede von uns, denke ich mal, hatte so als kleiner Junge so eine Frau in dir, sie verknallt da drin, so aus Serien, Filmen, sowas. Boah. Bei dir. Bei mir? Bei mir war es wie gesagt Mila, die Volleyballspielerin. Ah, okay. Bei dir war es die Vollerin. Volli-Schall-Spielerin. 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 Also, ich muss ein bisschen konferieren, René. Konferieren? Der liebe Hermann Anbrot, konferiert mal wieder. Ich muss mich konferieren, ja. Och, seid ihr weg. Fahrt einfach weiter. Na, wir bleiben. Fahrt einfach weiter, tauchen wir gleich schon auf. Eio. René, sagst du an mal. Komm, bei dir gab es doch auch eine. Was, Barbie? Ach, Buffy. Ich habe Barbie verstanden. Okay, bei mir war es die Elfe von Weihnachtsmann. Tricks, die aus Weihnachtsmann und Coca-Cola. Eigentlich hätte ich dir eher zugetraut, dass du He-Man sagst. He-Man. Nein. Nicht He-Man. Bei der Macht von Greyskull. Ich steche dieses Schwert in ein feuchtes Loch. Immer den Finger ins feuchte Loch stecken. Oh Mann, wir gehen in eine falsche Richtung. Ja, das stimmt. Da hast du auch wieder recht. Und von wem kam es wieder? Von mir, wie immer. Oi, der sah gut aus. Wer fährt den blauen? Ähm, in Sachen Disney. Was kommt aus Disney? Chip und Chad. Oh, Disney. Bayneck. Ähm, Disney. Also, da waren auch hier die ganzen früher, die alten hier. Don Röschen, Bambi. Boah, voll geile Filme. Ohne Scheiß. Die sieben Zwerge. Hammer. Wir hatten mal eine Kassette. Das war so eine Weihnachts-Disney-Kassette, wo zum Beispiel Mickey, Donald und Goofy einen Geist gesehen haben. Also so diese Folgen, wo Donald noch... Ja, ja, aber immer sich aufgeregt haben bei Chip und Chip. Das war immer geil. Gegen die Eichhörnchen. Das war immer so geil. Die habe ich erst jeden Tag angeguckt, bis die Kassette kam. A-Hörnchen und B-Hörnchen. Ja, auch Chip und Chad. A-Hörnchen und B-Hörnchen. Ja, mit Donald. Wo die den immer geärgert haben und er sich immer... ...war voll aufgeregt hat. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, die Folge wurde in Deutschland nie ausgestrahlt. Es gab da mal so eine Mini-Folge. Da sah Donald so ein bisschen aus wie der Führer und hat sich auf A-Hörnchen-Jagd gemacht. Okay. Das war aber eine sehr frühe Folge. Ja. Oh, Mickey Mouse auch mal früher gerne geguckt. Mickey Mouse-Folgen waren auch mal geil. Also zum Thema Mickey Mouse. Ich weiß, ihr kennt das Mickey Mouse-Magazin. Ja, klar. Weißt du, wann ich das das erste Mal abonniert habe? Mit 16. Okay. Ich habe bis zum 19. Geburtstag bekommen. Okay. Ich bin 27 und ich kaufe sie heute noch regelmäßig. Ich habe einer meiner besten Freunde. Wodurch sind wir Freunde geworden? Der hat mir immer an der Bushaltstelle, während wir auf den Bus gewartet sind, die neuesten Witz aus dem Mickey Mouse-Magazin erzählt. Wieso geht das? Oh ja, und gibt's neue? Jojo. 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 Ich habe lieber gelesen, aber Asterix. Okay. Lustige Taschentücher. Da habe ich gerne die Filme geguckt, also die Comics, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die Comic-Filme sind... Ey, guckt euch mal Asterix und Obelix auf Hessisch an. Ich habe Asterix und Obelix auf Hessisch gelesen, auf Bayerisch gelesen. Am schlimmsten ist es auf Holländisch. Geht, geht, geht mal auf YouTube und gibt Gummibärmbande Holländisch ein. Ich glaube, Miraculix heißt auf Holländisch Magic Drink Mix. Magic Drink Mix. Ja. Verstehe ich nicht. Oh mein Gott. Miraculix Mix Fix Mix. Kurze Empower für die Zuschauer. Wir haben es 2 Uhr morgens. Ja, genau. 2 Uhr morgens. Das ist sehr schön. Sonntag. Oder beziehungsweise Samstag, ja. Wir sind ja schon im Sonntag. Ja. Oh, du bist im Sonntag. Oh, du bist im Sonntag. Also ihr guckt die Folgen erst ab 22 Uhr, ist euch klar, ne? Deswegen fahren wir ja auch in Blau, Weiß und Rot. Die Luni tun zwar dabei aus. Oh, ey, Luni tun zwar nicht immer geil mit dem Coyote, mit dem Coyote, mit dem Coyote und den Roadrunner. Das ist so geil gewesen. Ich kann mich noch an der einen Folge erinnern, wo er auf die Straße so einen Tunnel gemalt hat, wo die Straße weitergeführt wird. Und der Roadrunner rennt einfach durch und er denkt so, hm, geht so auf die Straße und guckt, worum geht er. Und auf einmal kommt ein LKW entgegen. Er steht auf, weißt du, da ist da so ein Felsvorsprung. Der Roadrunner steht ganz vorne. Er kommt schon mit Messer und Gabel, weil es bricht ab, das Stück, wo der Roadrunner ist, schwirrt in der Luft. Ja. Ich muss dazu sagen, Looney Tunes und Tom und Jerry und das Ganze, das war ja damals schon übelst brutale Comics, also Coyote, wenn man das so nimmt. Ja. Das dürftest du heutzutage nicht mehr ausstrahlen. Danach, naja, sagen wir so ein paar Jahre danach, kennt einer von euch die Tex Avery Show? Tex, sag mir was, ja. Da waren auch immer so verschiedene Charaktere, so immer so zwei oder drei, die sich gegenseitig halt, das war auch schon recht gut. Also die beiden Cowboys oder sowas. Oh, Lucky Luke habe ich früher auch gerne geguckt. Ich hoffe, du gerade ansprachst, Cowboys, Lucky Luke habe ich gerne geguckt früher. Ja, klar, Lucky Luke und Jolly Jumper. Fahrt mal ein bisschen langsamer. Jo. Jo. Oh. Ja, Jolly Jumper, die Dolkens. Ja, die Dolkens waren immer geil. Der Bestatter, der vor einem Gefecht immer schon zu Lucky oder so hingegangen ist und die Mase zum Ausermessen, ja. Also, so ein bisschen meine Kindheit an Filmen und Serien wurde von meinem Vater ein bisschen kaputt gemacht, aber mein Vater war ein sehr großer Western-Fan. So, damit ist das auch auf YouTube. Ja, das kann er sich von mir aus angucken, ist mir wurscht. Aber ich hasse dich dafür, ich hasse dich dafür, ich hasse Western. Ich hasse alles, was mit Western zu tun hat. Das Schlimme ist, da kann er nie Bud Spencer richtig anschauen. Ich mag Bud Spencer. Es hat mir gereicht, als Neunjähriger dazu benötigt zu werden, wie einen kompletten Sonntagabend, Sonntag, Tag, komplett, erst Bud Spencer, Bud Spencer, Bud Spencer, Bud Spencer, Qualifying, Formel 1, Bud Spencer, Bud Spencer, Bud Spencer, Bud Spencer, Bud Spencer. Aber, hey, Clint Eastwood für eine Handwerke, ich hatte einen Unfall. Ja, du bleibst mir sehen. Ich kann mich noch erinnern. 16 geschädigt davon. Ja gut, das bleibt er da nicht aus, klar. Zwei glorreiche Halunken, er hat gerade einen gefangen, weißt du, er hat so eine Zigarre. Der gefangen ist nur am Weckern, gibt ihm so die Zigarre, zieh ein paar Mal, dann kann es gut krachen. Boah, was macht der Bus hier? Ich hab mich so gepüsst. Ne, ich kann keine Wester, mal gucken, wir haben ja auch mal die Diskussion wegen, wie heißt das Spiel, Red Dead Redemption? Red Dead Redemption, ja. Könnte ich nicht spielen, weil da sofort so ein Weckreiz hochkommt. Frauen mit dem Lasso fangen und auf die Bahngleise legen und auf die Blutwolke fahren. Und dafür dann eine Trophäe bekommen. Ja. Ich würde mir ja wünschen Red Dead 2, das wäre schon ganz geil. Vor allem, ich bin auf die Idee gekommen, ohne dass ich wusste, dass es die Trophäe gibt. Ich auch, ich auch. Ich so, hey, Lasso, du kannst Leute fangen. Warum nicht auf die Bahngleise, was passiert? Ja. Also, ähm, Gamescom, genau. Thema Gamescom. Ich hab keine Ahnung, was alles auf der Gamescom vorgestellt wird. Also ich bin, also wir werden auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall, na klar, die, die, die ganzen Ankündigungen auch von der E3 sehen, wie zum Beispiel Fallout und sowas. Das werden wir alles, das werden wir alles dort sehen, von Bethesda, die ganzen Klamotten, No Man's Sky, wo ich mich auch sehr darauf freue. No Man's Sky würde ich ja, was kann ich sagen, das ist schon bemerkenswert, dass dieses Spiel nur von vielen Leuten entwickelt wurde. Aber was ich jetzt gelesen habe, ist halt wirklich genial. Weil du bräuchtest, wenn du jeden Planeten nur eine Sekunde besuchst, fünf Milliarden, Jahre, um das Universum zu erforschen, weil es so riesig ist. Ja. Ganz ehrlich, stell dir das vor, du schmeißt das Spiel an, gehst eine Stunde rum und kannst mit 99%iger wahrscheinlich noch mehr Genauigkeit, Wahrscheinlichkeit sagen, die Planeten, wo ich jetzt war, wird keine Sau je mehr sehen. Nein. Nein. Und wie gesagt, auch auf der Gamescom werden wir wahrscheinlich dann auch hier Point Morpheus wieder sehen und da bin ich sehr gespannt drauf, ich bin ja dieses Jahr da und ich lasse mich echt überraschen, ob ich da auch mal dran komme, ob ich mir das mal wirklich angucken kann in Live und ob ich das auch mal wirklich tragen darf und wie das ist und alles, bin ich sehr gespannt. Da würde ich gerne was sagen, ich habe einen Enderjager. Ein kurzes Video gesehen, da hat jemand Battlefield 4 gespielt mit, ich glaube Oculus Rift oder Project Morpheus auf dem Kopf. Mit einer Wii U, äh, mit so einem Wii U, äh, Gewehrcontroller, oder Wii Gewehrcontroller, ach, wir sind da übrigens. Und, ähm, dieses Teil, wo du drin stehst und festgeschnallt wirst und du selber gehen kannst. Oh ja. Das hat so geil ausgesehen, ich wollte das irgendwie machen, sowas habe ich auch schon bei Skyrim gesehen, bei Skyrim selber doch die Welt. Ich dachte mir, leck mich, ich muss das haben, wenn ich jeden weiß. Ja. Ich muss dazu zum Projekt Morpheus mal sagen, ich hoffe, das Ding hat eine bessere Verarbeitung und Qualität wie das original Sony, äh, kabellose Headset. Ja, du bist da ja jetzt ein bisschen vorgeschädigt, ich sag nur Heißkleber. Heißkleber. Glaubst du mir auch, dass ich mir die Finger verbrannt habe? Ich kenne da was von. So, wir können wieder weiter, weil du rollst. Da oben, da oben fliegt gerade ein Flugzeug entlang mit dem Shuttle auf dem Rücken, ja. Aber ich muss für mein Übergepäck, äh, 20 Euro bezahlen. Ja. Ist doch der Verarsche. Also, apropos Flieger und Shuttle, habt ihr gewusst, äh, Pornhub will jetzt ein Porn und Tränen bei Beschwerenlosigkeit fliegen. Ja, beim Parabelflug. Äh, beim Parabelflug. Ja, aber muss ich jetzt unbedingt nicht hier thematisieren. Ja, nein. Reicht schon, dass du ein Batman-Shirt an hast und das Thema ansprichst. Ja, ich will dir auch. Also, also mein Lieblings-Superheld ist ja der Hulk. Der Hulk? Sieht schon aus wie so ein Hulk. Lieblings-Superheld reingeschmissen kurz, ja. Batman und, äh, der Ghost Rider. Ich liebe den Ghost Rider. Gespielt von Wings, äh, Nicolas Cage. Ganz ehrlich, ich hätte mir als Spieler, äh, Viggo Mortensen, der Aragorn gespielt hat, der wäre ein geiler Ghost Rider-Korn. Äh, Batman mag ich nicht. Ja, aber das müssen wir jetzt nicht mehr thematisieren. Du hast mir bereits gesagt, warum und ich verstehe das. Was wollte ich denn? Dein Lieblings-Superheld? Mein Lieblings-Superheld? Äh, lass mich mal ganz kurz überlegen. Du selbst. Mein Lieblings-Superheld ist immer noch der Punisher. Oh, ja. Ganz ehrlich, aber alle sagen immer zum Beispiel, der ist voll scheiße, aber Ackermann ist saukool. Ackermann hat Superman, ist genauso stark wie Superman, hat den im 1 zu 1 richtig schön den Arsch aufgerissen. Er ist Poseidon, er kann das Meer beherrschen. Er kann doch Portale kippen. Warum muss ich gerade an der Big Bang Theory, an die Folge denken, wo Raph sich als Ackermann verkleiden musste? Ja, und mit jedem tauschen will. Ackermann ist fein. Ackermann ist cool. Wenn ich nochmal, wenn ich nochmal kurz, äh, kurz nochmal euch unterbrechen, aber nochmal kurz zum, 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 nein, nein, kurz nochmal zum Thema Gamescom zurückkommen darf, ähm, erwartet ihr euch denn für die Gamescom, so, wenn ihr jetzt nicht hingeht, aber so generell, weil ihr werdet ja wahrscheinlich die Messe dann auch irgendwie erfolgen, äh, erfolgen, vor allem verfolgen, ähm, so News-mäßig, erwartet ihr euch da vielleicht noch Überraschungen oder Neuankündigungen, wo ihr sagt, das könnte vielleicht kommen? Nein, erhoffen, ja. Ähm, ich sag's mal so, ich weiß, dass du dorthin gehst und du uns sowieso über alles informieren wirst, also wäre ich das nirgendwo auf News zu folgen müssen. Ja, klar, aber wo du jetzt sagst, mh, vielleicht ne, wo du sagst, mh, das könnte vielleicht sein, das ist vielleicht doch da, so, warte, schau nicht mal, wo ich jetzt rauskomme, äh, schau nicht mal, ich bin sowieso gespannt. Also das Einzige, das Einzige, wo ich auf Gamescom gespannt bin, ist, ob Square Enix weitere Informationen zu Final Fantasy 7 veröffentlicht. Und Fallout 4, da dachte ich, wie wärst du, äh, auf, äh... Hm, Fallout 4, da will ich auch noch ein Release-Datum hören, genau ist. Ja, gut. Ja, ich bin, äh, ob sie auch ein bisschen mehr über, äh, Ghost Recon, äh, berichten. Ja, ja, da bin ich auch sehr gespannt. So, wie wir es gesehen haben auf der E3, wirklich Open World, World in Bezug, ganze Welt, weil da war nämlich so die Karte, wie bei der Crew, gezeigt, so, nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt. Und da bin ich mal gespannt, ob man da mal sagen kann, oh, komm, äh, wir haben Missionen in Berlin, äh, nee, wir müssen jetzt nach, äh, Sri Lanka fliegen, nee, nach, äh, nach Tokio und das Ganze ist nur so ein bisschen, äh, ich denke mal, da richtig herumreist. Aber wir sind immer noch so am Schwanken, oder, zwischen Ghost Recon, Ghost Recon ist egal und Rainbow Six Siege. Ich hole sie noch beides. Ja, gut, aber wie gesagt, Rainbow Six ist, äh, zwar auch mein Fall, aber nicht in der, also, Rainbow Six Siege ist ein geiles Game, hab ich ja, glaub ich, ich glaub, ich hab, wir haben's, glaub ich, schon mal diskutiert, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ähm. Ja, haben wir diskutiert, da war halt das Problem. Genau. Du brauchst vier Spieler, und wenn du, du hast zwar drei, und da wird dann einer per Zufall, der irgendwo in den Händen dazugeworfen, der, äh, sich nicht mit absprechen will, oder der heißt, zum Beispiel nicht deutsch. Und ich mit dem kommunizieren kann, ist das kacke, oder der halt kein Headset hat, und ich mit in die Party kommt, um sich abzusprechen, ist das ziemlich doof. Ja, meiner Meinung nach wirklich ist es so. Also, du brauchst da wirklich schon Leute, die intensiv auch mit dir dann zusammenspielen, weil, das ist eher ein taktischer Shooter, wo du wirklich auch dich absprechen musst. Das, hör mal, da mach du das und das, und hier und hier, und ich will das drauf gedresche wie Call of Duty at Battlefield, oder jeder quasi immer so sein eigenes Ding macht. Ja, klar. Ich bin bei der Gamescom mehr, äh, als die offiziellen Ankündigungen gespannt auf Gerüchte. Gerüchte, die Entwickler auch streuen in Interviews, in Gesprächen, wenn ihnen mal was rausrutscht. Sorry. Oder wo, wo einfach Gerüchte, weil, beispielsweise Interviews über die Möglichkeiten der Entwickler, was sie mit einer Fortsetzung ihrer Reihe auf der neuen Konsole erreichen könnten. Dann sagen sie mir, ja, im neuen Spiel könnte das und das sein. Dann können, kommen immer schon so Gerüchte, hey, ja, so könnte das werden und so. Also, das einzige Spiel, wo ich, äh, definitiv Infos haben will, über die anderen sind eigentlich bis jetzt alle draußen, die ich mit zusammenfahren konnte, ist das Honor 2. Oh ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Habe ich auch schon vorbestellt, im Übrigen. Äh, und vielleicht, äh, ein paar Sachen, die letztes Jahr auf der Gamescom, auf den Pressekonferenzen schon vorgestellt wurden. Beispielsweise Rhyme, oder, ähm, wie hieß es, dieses eine Selfshading-Game, auch mit, die, ist, ist, äh, egal. Ja, auch nicht. Alle, alle sitzen zu schnell für die Kurve und krachen die Banden, entschuldige. Ich hab's mal einfach leicht gemacht, ich bin einfach ein Feld. Ich bin mal, ich bin mal ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, ob Obisoft ein neues P.O.P. rauskriegt. Okay. Hm. Okay, ihr habt keine Ahnung, was P.O.P. ist, oder? Hier, äh, lass mich schnell die, ähm, na. P, hast du gesagt P.O.P.? Es ist zu spät, ich war die Wörter nicht immer ein. Das letzte, das war nochmal, das letzte, das Stand of Time. Oh Gott, das, äh, Sand of Time, ja, ist aber schon ewig her, ey, also. Nee, es gab, es gab, es gab ja, ähm, Slow 3, dann kam, kam das, das eine mit dieser komischen Comic Grafik raus und dann haben wir nochmal eins raus Ja gut, aber ich meine jetzt mal so ein richtiges Prince of Persia, das ist schon ein bisschen länger her Ich gerne Gerüchte Gerüchte hören würde, wäre Elder Scrolls 6 Da fresse ich alles Ich will unbedingt endlich ein neues Elder Scrolls 6 Ich habe mit Kollegen schon wirklich tagelang damit verbracht, über Möglichkeiten, da ich ja auch ein bisschen mehr über das weiß als über jedes andere mit dem Game zu diskutieren, wie das neue Setting ausfallen könnte was man im Gameplay verbessern könnte Kurze Unterbrechung, liebe Leute die auf den Stream von Herrn Bananenbrot gucken, zwei Themen dürft ihr niemals ansprechen was ist, labert ihr euch ein Ohr ab? Das ist Skyrim und Pokémon Das dürft ihr nie ansprechen Der fängt an zu reden und ihr braucht einen Exorcisten, um den zu stoppen Ja, das stimmt, wenn ihr es hören wollt beim nächsten Mal einfach mal das Thema ansteigen beim nächsten Mal Minecraft Welche Serie würdet ihr euch wünschen, weitergeführt zu werden? Jetzt von Spiele her Ich wollte es gerade sagen Elenoir Red Dead Redemption Oh ja Oh ja Beides grandiose Games Elenoir war so cool mit dieser Motion Capture Technologie die das Entwicklerstudio in dem Bankrott getrieben hat Also so spontan fällt mir nur ein Spiel einer, wo die Entwickler schon gesagt haben es wird nie ein zweites geben Der lässt doch was? Doch Hätte ich gern Kommt Kommt Zweiten Teil Haben sie schon vor kurzem jetzt gesagt gehabt Kommt aber erst nach Uncharted wird jetzt weiterentwickelt Also wird angefangen damit Weil sie hätten eigentlich gar nicht damit gerechnet dass es so einen guten Erfolg hätte Weil sie haben damit gerechnet, dass es ein Flop wird Wann hast du das denn gelesen? Das war vor einer Woche jetzt glaube ich Ich glaube Anfang der Woche habe ich es gelesen Weil ich habe vor ein paar Monaten gelesen gehabt dass man diese Spielserie nicht fortsetzt Kein Franchise drauf macht Weil es hat so ein tolles Ende bekommen Das wollen sie jetzt mit nochmal nicht kaputt machen Es kann eventuell sein, dass ein Add-on noch dazu kommt Oder Wo eine andere Seite der Geschichte erzählt wird Das wollte ich gerade sagen Ein eigenständiges Spiel Kein Add-on Sondern eine genauso fesselnde Aber andere Story Aber sie haben auf jeden Fall gesagt Sie haben damit gerechnet Eigentlich Dass das The Last of Us 1 halt ein Flop wird So Und die hätten nicht mit dem halt gerechnet Dass es so gut ankommt Und sie haben auch im gleichen Ton gesagt Dass halt The Last of Us 2 kommen wird Aber halt erstmals Uncharted jetzt an der Reihe Aber Flexi beispielsweise Stell dir doch mal vor Dass sich Oder René Du auch natürlich Dass sich Dieses Wenden So wie sollte es so sein Dass sich dieses neue Last of Us 2 Storytechnisch ein bisschen im Einser kreuzt Dass sich die Wege Wenn es zeitgleich passiert Der Protagonisten aus beiden Spielen So ein bisschen kreuzen Ja gut Der Last of Us war für mich Das Highlight Auf der PS3 Seitdem sie draußen war Das war für mich Ein Spiel Da musste ich am Anfang Die ersten Szenen Ich habe angefangen zu flammen Wo er seine tote Tochter in den Armen hat Ich habe auch die ungeschnittene Version gehabt Ich habe Rotz und Wasser geheult Weil das mich einfach so emotional ergriffen hat Ja Das war die Stelle Die nicht da Am meisten Nicht bei Last of Us Sondern bei Red Dead Redemption Also es gab Und jetzt nur zwei Am Ende stirbt Es gab nur nur zwei Das ist auch krass Wo ich geheult habe Es gab wirklich Es war Final Fantasy 7 Als Selfie-Rod Arriet getötet hat Da hat man auf dem Endgegner Einen richtigen Hass bekommen Das war übel Und halt bei The Last of Us Da musste ich auch Also das war Emotional packend Grafisch eine Meisterleistung Gameplay mäßig Geil Lach nicht Bei mir war es Red Dead Redemption Und Die Endszene bei Dragon Age 2 Oh die war auch übel Wo man sich entscheiden musste Auch wieder mal Und das war halt wirklich Das Er stirbt Einer dem man sich anvertraut hat Mit dem man oft gekämpft hat Oder der andere halt Hm Ähm Zu den Themen Die muss ich ganz kurz ansprechen Weißt du was da Mirkratur das Headset läuft? Hm Dragon Age 2 Miracle of Science 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 Dragon Age Dragon Age oder Dragon Age 3 Dragon Age Okay Also ähm Die Grundversion Aber Can't call your channel And fight for your friends Ähm Ich würde hier keine Werbung machen Aber das ist halt einer Der macht Musik zu Videospielen Wir sind einfach emotional ergreifend Ja sehr Ohne Scheiß René und ich Wir haben so ein paar Songs Schaut ihn euch an Wir werden vielleicht Können wir also sowas machen Verlinken Untertitel Von den Fallen Songs Ja Sogar dass ich äh Müssen wir mal gucken Keine Ahnung Müssen wir mal informieren Müssen wir mal schauen Ja weil der hat wirklich Ähm Können wir können wir mal ansprechen Musik Oder so Musik allgemein zu Games jetzt solche Ja Ja Das wäre gar nicht Das wäre aber gar nicht so schlecht Vielleicht für die nächste Folge Oder so Boxen stoppt Denn wir sind schon Ja Wir sind schon Ja ein bisschen über den Limit Aber das macht ja Uah das macht ja nichts Und ähm Das sind wir schön Vielleicht ist das Stellen wir uns einfach mal hin Vielleicht ist das nächste Thema Ja wirklich äh Wirklich Musik In der nächsten Folge Musik wieder die wir lieben Warte 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 René stell dich immer uns gegenüber Dass wir so ein bisschen Ja habe ich ja gerade vor Genau Ja Ja Man weiß René du musst von der anderen Seite kommen Oh Eben auch von der anderen Seite kommen Er kommen oder gehen Oh Naja Ranfahren Ranfahren Naja ich würde auf jeden Fall sagen Wir sehen uns in einer weiteren Folge Boxen stoppt ihr bleibt uns treu Und macht's gut Ciao ciao Macht's gut Ciao ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss оче Mö